Hallo Leute und herzlich willkommen zu der neuen Saison von Formel 1 2020. Werde gleich im Qualifying das neue Auto sehen, mehr oder weniger zumindest. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich bin gespannt, was es diese Saison so zu gewinnen gibt. Ich habe den Vertrag mit Mike nochmal verlängert, weil die meisten, die nur so ein, zwei Stufen besser waren, sind einfach dreimal so teuer gewesen. Da habe ich gesagt, nee, der Mike macht das schon. Er ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt auch voll ins Training Equipment reininvestiert, denn wir haben am Ende der Saison 50 Millionen gehabt, von daher easy. Dann habe ich dort komplett reininvestiert, dass Mike auf jeden Fall gut trainieren kann und dann kann er auch ein besserer Fahrer werden. Tatsächlich, ja, deswegen, ich würde sagen, wir standen jetzt einfach mal ins Qualifying. Okay Leute, hier geht's los. Ihr seht es, es ist jetzt mehr blau-grün unser Team, also das blau-orange. Ich fand das irgendwie ein bisschen schöner. Stimmt, die KI ist jetzt noch fünf Stufen stärker geworden. Warte, ich habe die einfach hochgestellt. Den Motor haben wir jetzt trotzdem noch den gleichen, weil wir haben halt viele Upgrades gemacht, das hätte ich schade gefunden, einfach auf einen anderen zu wechseln. Die anderen wären zwar ein bisschen, hätten ein bisschen mehr Leistung gehabt, Allerdings, Strapazität wäre unsere, den wir momentan haben, von Honda übrigens, war der tatsächlich der Beste von allen, den es zur Auswahl gibt. Deswegen habe ich gedacht, ja, wieso denn eigentlich nicht? Naja, auf jeden Fall, genau, das ist gleich geblieben. Dann, Mike ist auch gleich geblieben. Und, ja, auf jeden Fall habe ich Geld wirklich viel jetzt investiert. Nicht in die Teile, weil für die muss man Ressourcenpunkten investieren, die man gewinnen kann, sondern Geld habe ich einfach da rein investiert, dass die Sachen schneller hergestellt werden, dass wir zwei Sachen pro Abteilung herstellen können. Und natürlich eben sehr viel habe ich ins Training Equipment gesteckt. Wahrscheinlich sogar die Hälfte, wenn nicht sogar mehr. Einfach, weil ich wilder Smeich auch mal nicht immer letzter ist, you know. Weil es ja trotzdem ein bisschen belasten wird, wenn dein Mate die ganze Zeit so weit hinten ist. Auf jeden Fall habe ich mir dann doch noch relativ stark überlegt, ob ich Alexander Alm kaufen sollte. Denn der ist ziemlich viel besser als Smeich, logischerweise. Und kostet aber nur 9 Millionen. Vielleicht wäre das das Ziel für diese Saison. Aber, naja, wir werden jetzt erstmal gucken, wie sich Mike macht. Ich meine, wenn er gut fährt, wieso sollten wir ihn ersetzen, ne? Ja, auf jeden Fall Qualifying Pole Position, das ist doch schon mal gut. Digga, der Abstand zum zweiten Platz war einfach 0,042 Sekunden. Das war so knapp. Okay, Leute, so, erstes Rennen der neuen Saison. Ich bin irgendwie gehypt, Alter. Ich weiß nicht, wieso. Geversdam ist Zweiter. Aber ich habe übrigens einen Rivalen auswählen müssen. Und ich habe mir da Charles Leclerc ausgewählt. Das der Schlechteste war, den ich hätte auswählen können. Oder einer der Schlechtesten. Oh, lol, Alter. Jetzt sollte ich mich aber ein bisschen mehr aufs Rennen konzentrieren, Alter. Sonst vergöten wir das hier noch. Weil das Erste wäre wichtig, wenn wir da direkt einen Sieg klar machen könnten. Dann müssten sie auf jeden Fall... Oh, shit, Digga. Wir haben ein Problem mit diesem Team. Ne, das wäre auf jeden Fall nice. Und ich bin auch gespannt, vor allem bin ich gespannt auf das Resultat von Mick. Weil... Also, ich bin halt wirklich gespannt, welche Position das er dann haben wird. Weil ich habe jetzt so viel ins Trainings-Equipment gesteckt. Wobei, jetzt war halt SISO-Pause. Von daher, vielleicht würde er immer noch so scheiße sein, wie ich gerade. Alter. Das heißt, wahrscheinlich würde er immer noch relativ schlecht sein. Und immer noch nicht so viel besser. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich wollte es erstmal weiter und versuche irgendwie, ja, ein bisschen was zustande zu bringen, Allah. Oh, Wotter ist es überholt. Oh, er schafft es aber zum Glück nicht ganz. Okay, das ist aber knapp, Junge. Ey, er hat mich angestupst. Was soll das? Auf dich gibt es ja Strafe für dich. Oder zumindest eine Verwarnung. Okay, nochmal eine beste Runde. Ich hoffe, Norris klaut die nicht schon wieder. Okay, und ich merke auch, es gibt schon wieder eine Lücke zwischen... Ja, gefühlt irgendwie allen und mir. Das finde ich nicht so gut. Deswegen werde ich die KI im nächsten Rennen... Dann werde ich das im nächsten Rennen nochmal ein bisschen hochstellen. Also die KI würde dann 60 sein, weil im Moment ist sie gerade 55. Ja, dann werde ich die eben wieder ein bisschen hochstellen. Okay, wie fahren die Box, Leute? Die sind komplett grün. Das sind einfach Aliens, Alter. Okay, let's go. Alter, 2,8 Sekunden. Nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht, okay. Ja. Alter, wie sind jetzt 13. Was, wie viele haben den KI Boxenstopp gemacht? Da kommen nochmal zwei, 15. Krass, krass. Alter, hätte ich nicht gedacht, Junge. Dass so viele nicht an die Box gehen, hätte ich wirklich nicht gedacht. Naja, das heißt, wir können ja vielleicht gleich... Alter, aber nee. Die anderen haben auf Minim gewechselt. Es ist doch selbst, dass Minim besser gewesen wäre. Naja, egal. Wir werden es auf jeden Fall auf diesen Reifen zu Ende bringen. Und ich versuche jetzt mal hier bei Giovinazzi und Latifi. Oh Gott, Alter. Stimmt, den habe ich mir auch angeguckt, aber der war tatsächlich halt ein schlechteres Ranking, Ranking, Ranking als Mick und deswegen dachte ich, ja, unnötig. Ähm, auf jeden Fall würde ich jetzt versuchen, die zwei so ein bisschen zu überholen. Ich gebe euch Bescheid, falls ich das irgendwie schaffe. Oder ansatzweise nah an die Rand komme. Okay, Mick ist an der Box. Es gehen schon mal immer noch nicht. Doch, es gehen sehr viele an die Box. Fast alle. Bis auf Gasly, Giovinazzi. Oh, und die erste kann ich gerade nicht lesen, wer der erste ist. Naja, auf jeden Fall. Ich bin hier immer hinter Giovinazzi und versuche ihn immer noch so ein bisschen zu überholen. Und? Ja, okay. So mittelmäßiges Überholen. Ah, okay. Trotzdem sauber, hat er mir gerade gesagt. Jo, aber er kommt. Oh, er hat ein schneller Auto. Ey, unfair, unfair. Okay, aber er musste zurückweichen. Was? Lewis Hamilton ist ausgeschieden? Lol. Lol. Was? Okay, Giovinazzi muss jetzt sowieso in die Box. Dann nervt er nicht mehr rum. Okay, das finde ich gerade komisch. Aber ich finde es irgendwie nice, weil dann haben wir die Konkurrenz. So asozial, wie es klingt. Aber dann haben wir die Konkurrenz so mal ein bisschen aus dem Weg geschafft. Ah, ja, ja. Ich weiß dieses Rennen zu Ende und versuche den Abstand zwischen Riccardo und mir ein bisschen zu vergrößern, denn der wird ein bisschen kleiner. Könnte noch ein Problem werden. Ich hoffe nicht. Oh. Okay, ja, das wollte ich gerade sagen, Sergio Perez ist ausgeschieden, scheinbar auch wieder. Genau im gleichen Norden wie Hamilton. Die Hamilton haben die hier gemacht, also. Okay, ja, die letzte Runde ist jetzt auch gerade angebrochen. Wir werden jetzt auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das Rennen hier noch zu Ende fahren. Ich vermute mal, wir bleiben erster, denn Riccardo ist jetzt 4,4 Sekunden hinter uns. Ich nehme auch nicht an, dass er das in einer Runde noch aufholen wird, außer ich mache entweder einen krassen Fehler oder ich verkacke es komplett und fahre irgendwo rein. Ist möglich, eigentlich, ja. Ich hoffe, dass es natürlich nicht der Fall sein wird. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich fahre jetzt erstmal noch und dann gucken wir, welcher Platz das ich bekomme. Okay, Leute. Wie ihr seht, ist Riccardo sogar 4,6 Sekunden mittlerweile hinter uns. Ja, Sieg. Lol, da ist das Feuerwerk, Alter. Nice. Erstes Rennen. Erster Platz. So gehört sich das. Pierre Gasly war der beste Fahrer. Ja, gönne ich ihn. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge Formel 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abbo da. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Alter. Ciao. Ciao.